Ich kann spritzen wie ein Weltmeister. Nimmst du auf? Karinie. Ja klar. Das wollen wir natürlich nicht. Brecken Sie hoch! Brecken Sie jetzt! Nun sagen Sie doch was. Was soll ich dann sagen? Aber Pierre-André, so können Sie doch nicht. Ich kann so reden. Ich werde mir einen Bollenfänger ans Auto bauen. Warte, soll ich eben so... Warte, 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 warte.